Unser Weg führt uns über den Zebrastreifen auf die gegenüberliegende Seite. Vorbei an der Stückelvilla, einem repräsentativen Bürgerhaus aus dem Jahr 1904, gelangen wir entlang eines alten Kreuzweges bergan zum Friedhof mit der Kreuzkirche, der ältesten Furterkirche. Sie ist dem Heiligen Kreuz Christi geweiht und wurde im Jahr 1668 im Barockstil erbaut. 1797 wurde sie auf die heutige Größe erweitert. In der Kirche befindet sich eine sehr alte und wertvolle Kreuzdarstellung aus Stein. Um die Kirche herum befindet sich der Friedhof. Die Kreuzkirche war lange Zeit eine sehr beliebte und bekannte Wallfahrtskirche. Besonders oft und gerne wurde sie von Leuten aus Böhmen besucht. Auch heute noch wird sie von den Heimatvertriebenen aus Bischof Deinitz und Umgebung als religiöse Heimstätte verehrt und betreut. Die Tafeln des Hochaltars erinnern an die Leidensjahre der Vertreibung der Sudetendeutschen nach 1945.